Das ist eine ziemlich krasse Ratte. 50% der SSR, die ich gezogen habe, sind nicht gefeatured im Banner gewesen. Ich sollte nur noch auf L.A.s gehen. Nur noch auf L.A.s. Conrad, das mit Guthaben, der hat sich zum Glück zwei Tage später dann gelöst. Oh ne, da wollte ich gar nicht hin. Also, für diejenigen, die erst jetzt dazugekommen sind, wir haben leider nicht die Möglichkeit, so viele Steine zu kaufen. Ich habe nur noch 220 Steine. Das heißt, ich gehe 1200 Steine, ich sollte eigentlich den Namen ändern. Und die letzten Steine, die verbraten wir jetzt bei Omega. Ich habe schon dreimal bei Omega gezogen, inklusive, also plus Freesum. Da war jetzt nichts dabei. Und jetzt kommt seltsam, wenn einige von euch sagen, ja, ich kann nur in einem Banner ziehen. Ich finde, der Omega-Banner ist deutlich besser, von den Karten, die drin sind. So, wir gehen zu Passagion 1. Mal gucken, mal gucken. Der Tech-Trunks, ja, der ist ganz gut, den kannst du Dokon Awakening. Und zu Passagion 2. Dokon Musik und, denkst du es da? Dann machen wir Dokon Musik nochmal kurz aus. So. Doktor Jiro, Sfigeta GT, Shugesh. Fick dich doch. Entschuldigung. Boah, das gibt es doch nicht. Für diejenigen von euch, die sich fragen, wow, das ist doch super. Nein, ist es nicht. Ich habe einen Super Saiyan 4 Goku auf 100% im Orb-System mit Super Attack 10. Und das ist der zweite Super Saiyan 4 Goku, den ich in diesen Banner ziehe. Ich kann mit dieser Karte nichts anfangen. Die Lieder-Skills werden wohl nachgereicht, Pro. Die sind noch nicht aktiv bei uns. Ja, und dazu kommt die original Dragon Ball Musik. Dong, 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 dong. Wow. Ah. No Omega today, shalalalala. Recents Video, habe ich eine Pause gemacht. Werde ich demnächst wieder anfangen? Ich wollte in den Anfänger-Cyber wieder reinkommen, weil mir noch ein paar Charaktere fehlen fürs Grinden und es mir langsam zu anstrengen wurde, muss ich ganz ehrlich sein. Alle gut. Ey, Fountix, bloß nicht. Äh, es ist ein Daily Bugle-Shirt von Spider-Man. Das stimmt, Nils. Habe ich in Amerika bei Universal gekauft, als ich am Flughafen gewartet habe. Äh, in Orlando. Gib mir ein Omega. Komm, ich habe dir so viel gegeben im Spiel. Ich habe dir so viel gegeben. Nein, gib mir ein Goten. Wer braucht den nicht? Oder auch ein C19. Äh, Black Desert. Ja, Black grottenschlecht aussieht. Gohan Kid. Zabon. Android 18. Das ist ein Dead Multi. Yo. Also für Omega gehe ich nicht so tief rein wie für... Also ich kann es auch gar nicht gerade, weil ich keine Steine mehr habe. Oh Gott. Ein Multi. Dann kommt der Free Multi. Und dann kann ich noch ein Multi machen. Du, 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 du. Blue Vegito kriegst du doch in den, äh, in den anderen Banner. Wiss es. Deswegen finde ich nicht schlecht, dass er nicht hier ist. Also ich habe auch noch die ganzen Tickets. Ich werde ich irgendwann nebenbei ziehen. Das interessiert mich gerade ehrlich. Äh, PvP-Kennung. Warten. Dann hast du ein Problem. Oder dich haben den Support wenden. Keine Ahnung. Danke, Levers. Spiel geht mir Omega. Bitte. 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 mit Sahne oben drauf. Gott, diese Raten. Bei dir. Ich habe dann halt diese drei Summons, wo ich gar keinen SSR ziehe. Und dann Summon, wo ich 4, äh, 3 SSR ziehe. Ich hatte ein paar Triples. Oder nur Rares. Oder Tienz, die keiner haben will. Das ist echt ein Dead Multi, ne? Sohn ist. Zwei Dead Multi sind einander. Jo. Das Spiel weiß, dass ich keine Multis mehr machen möchte. Ich hatte meine Tickets eben gerade kurz abgeholt. Äh, ich habe 54 Tickets. One Free Tries. Äh, der ist super Zeit rein. Agility GoToGT. Ja, der ist okay. Den finde ich jetzt nicht so gut. Ähm, der hat kein Doku in Awakening. Das ist das Problem. Also das ist eine gute Einheit, wenn man sonst keine andere hat. Nein. Okay, Kittranks. Das sind die letzten 10... Ne, der為 ein Multi kann ich danach noch machen. Great... Ich glaube, ich habe das Great Ape Team mittlerweile voll. Ernsthaft. Ich kann tatsächlich mal ein Video zum Great Ape Teams machen. Warum nicht? Äh... Will ich mal einen Super Saiyan 4 haben? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Erstmal will ich den Penner haben in dem letzten Stream. Und der denkt sich, nö. Und jetzt sagt er sich... Bam, 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 bam. Ich habe jetzt irgendwie in jedem zweiten Multi ziehe ich einen Super Saiyan 4, Goku. Ich kann... Ich könnte den bald auch auf 100% im Hauptsystem bringen. Also den zweiten. Ich kann sie nur nicht im gleichen Team, aber dann kann ich sie abwechseln und sagen, okay, heute bist du dran, heute bist du dran. Oh, Gott. Einige nennen es Glück. Ich nenne es WTF. So, das ist der letzte Sammel, den ich machen kann. Danach sind meine Steine dann jetzt auch alle. Knapp 1300 Steine. Herkot ist links. Shanron. Ich habe drei von den Gokus schon. Willst du ihm nicht die Fresse polieren? Komm rüber. Komm auf meinen Account. Bitte. Ah. Das ist fast so schlimm wie mit dem Rosés bei den anderen Bannern. Ah. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Dora. Yagon. Und ich habe eine Motte hier, merke ich gerade. Oh, egal. So, Android Future. Okay, das war's. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe ernsthaft keinen Bock mehr. Ich habe jetzt viel Super Saiyan 4 Gokus gezogen. Orion Fieser Maso, den nehme ich noch. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jo. Tü, tü. Das wird kein geiles Video. Das ist scheiße, ist das. Ich habe keine Steine mehr. Ah. Da sind... Die Sache ist... Ich glaube, Banner Karten habe ich tatsächlich nur... Also jetzt für Samasu auch noch, aber der ist nach hinten einfach weg. Also, ich habe Goku. Das ist ja das Schlimme für mich. Dieser Banner ist für mich persönlich scheiße, weil alle Karten, die hier drin sind, habe ich so gut wie voll, bis auf den neuen Omega. Ja. Passende Trollmusik. So was von. So, wir gehen mal jetzt home.